Welcome to the Jungle! Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Wie Sie sehen, habe ich mir hier meinen eigenen kleinen Wintergarten gebastelt. Die Sonne scheint auch gerade so schön rein. Ich habe es mir gemütlich gemacht und zwar mit unserem Produkt der Woche und das ist die Sitzgruppe Vasa für ganze 269 Euro. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was alles dazu gehört. Also zum einen diese gemütlichen Sessel, dann haben wir hier den Tisch, die Glasplatte ist mit dabei und die kuscheligen Sitzkissen sind auch mit dabei. Alles zusammen im Set für 269 Euro. Jetzt sage ich mal so ein bisschen was über Vasa. Das ist Polyrattan, können Sie hier ganz gut sehen. Und das Schöne ist, es sieht super edel aus. Es ist wirklich sehr, sehr schick und zeitlos. Und das Tolle ist, Sie können die Möbel ganz einfach draußen stehen lassen. Auf Ihrem Balkon, auf Ihrer Terrasse oder im Garten oder vielleicht im Wintergarten, so wie hier bei mir. Und wenn mal irgendwie Regen kommt oder wenn das Wetter ein bisschen schlecht ist über den Sommer, gar kein Problem. Sie können die Sitzmöbel ganz einfach draußen stehen lassen, denn es passiert nichts. Sie können sie ganz einfach wieder abwaschen. Es verrottet nicht aufgrund dieses Polyrattan-Gewebes. Es ist also super, super pflegeleicht. Das gleiche gilt auch für die Kissen. Es ist ganz einfach, wenn man draußen im Garten ist, man sitzt, man trägt, es regnet, kommen mal vielleicht so ein paar Sachen auf die Sitzkissen drauf. Gar kein Problem. Hier hinten sind Reißverschlüsse. Man kann die also ganz einfach abziehen, rein in die Waschmaschine waschen, wieder drauf beziehen und schon sieht Ihre Sitzgruppe Vasa wieder aus wie neu. Super bequem sind sie auch, kann ich wirklich sagen. Man sitzt sehr gemütlich drauf. Natürlich kann man auch hier noch ein Kissen drauflegen, die Beine hochlegen. Mit der Glasplatte ist es natürlich ein perfekter Tisch. Und der absolute Clou, und das ist wirklich für mich ein absolutes Highlight, Vasa kann absolut platzsparend sein. Denn Sie können ganz einfach diesen Sessel hier kopfüber auf den Sessel packen, wo ich gerade drauf sitze. Dann kommt der Tisch einfach oben drauf und alles ist verstaut. Sieht so ein bisschen aus wie ein Osterei, aber wirklich auch sehr, sehr stylisch. Und wenn Sie vielleicht einen kleinen Balkon haben und nicht so richtig wissen im Winter, wohin mit den Möbeln, der Keller ist vielleicht auch ein bisschen klein. Zack, einfach übereinander gestellt. Schon ist alles verschwunden und es sieht sogar noch ein bisschen schick aus. Also für mich das absolute Highlight, Vasa, Polyrathan, sehr pflegeleicht. Das lässt sich super easy zusammenbauen und ist sehr, sehr platzsparend. Es ist sehr schick und sehr edel und das zu einem absoluten, wirklich Toppreis für diese Woche für 269 Euro. Also worauf warten Sie noch? Kommen Sie einfach zu uns vorbei, zu den Höffner Möbelhäusern oder Sie können natürlich auch die Hotline anrufen oder Sie schauen im Internet vorbei. Da gibt es Vasa natürlich auch zu bestellen. So, ich warte noch bis der nächste Papagei hier vorbeikommt. Mach es mir ein bisschen gemütlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Denn Montag ist Wontag. Ich habe tolle Produkte für Sie, so richtig tollen Preisen. Ich freue mich auf Sie. Tschüss!